Und, naja, es hat mir nicht ganz gewirkt, auf jeden Fall, naja. Noch sind wir ein Schwergewicht, ein weiteres Schwergewicht, in allem anderem Sinne, ein Schwergewicht in der Travestie, in der Showbranche, sind wir hier heute alle da. Wer kennt Max Greger? Ja. Ah, Greger 2, die andere ist auch ein sehr, oder ist immer noch ein sehr genommierter Weltleder, einer der besten Eilkarten Bayern, und sie hatte damals im Park Café einen Auftritt, einen Nutztritt hieß Auftritt, und dank des Pflasters und sonstiger kleiner Geheimdienst, er hat auch nicht gekannt, erkannt, dass sie natürlich ein junger Mann ist, sondern trotzdem eine schicke junge Dame gehalten. Und so wurde es ja angeblich von ihm diesen Max Greger als Petra, und weil's ihm gerade so einfiel, fiel ihm auch das Doreen-Witz dazu ein, und so ist das dann geblieben. Unsere Eilkarten Doreen ist ja die Rassenheit, und jetzt auf den Zerlusten Nummer 1, und das Zirkus Elefantin, und mit dem... Wie gesagt, ich bin in der Familie, ich bin in der Vortrag, ich bin voll im Grunde, entschuldig. Herzlichen Dank, meine liebe Petra Lorraine, ich möchte jetzt auch schon schließen, das ist auch ganz so lange, ihr wartet ja auch die Künstler. Ich habe mit ihr das Vergnügen gehabt, sehr viele schöne und sehr viele humorvolle Momente erleben zu dürfen, ihr glaube ich auch, und deswegen, einen herzlichen Dank und empfang mir liebe Petra, Herr Lorraine! Kann ich nur legen los? Soll ich auch vom Kamm blasen? Ja! Ja, ich bin die tolle Frau aus der Tinkertang der Schau, und für mich gibt's kein Ersatz auf dem ganzen Hungerplatz. Alle Männer gehen sich nach mir um, und ich weiß auch ganz genauer Grund, denn ich bin die tolle Frau aus der Tinkertang der Schau, und für mich gibt's kein Ersatz auf dem ganzen Hungerplatz. Alle Männer, ich trage mir ins Gesicht, nur der eine, den ich weine, sieht mich nicht. Man legt mich ein zu Kaviar, man legt mich ein zu Seck, man schickt mir alles, was ich will, und alles, was mir schlägt. Und ich bin die tolle Frau aus der Tinkertang der Schau, und für mich gibt's kein Ersatz auf dem ganzen Hungerplatz. Alle Männer gehen sich nach mir um, und ich weiß auch ganz genauer Grund, denn ich war die tolle Frau aus der Tinkertang der Schau, und für mich gibt's kein Ersatz auf dem ganzen Hungerplatz. Alle Männer, ich trage mir ins Gesicht, nur der eine, den ich weine, sieht mich nicht. Ja, weil er schlau ist. Ja, weil er schlau ist. Dankeschön. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen. Guten Abend. Guten Abend. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.